So, Sieg, was willst du zur Übung machen? Ja, super. Ist das gut? Super. So, ich muss die Leckerchen auch mal so legen, dass der Hund selber das Geschirr verschieben muss. So, dann schicke ich den Hund mit dem Leckerchen weg und nehme das Geschirr weg. Jetzt locke ich wieder mit einem Leckerchen hin. Super. Und du hast gesehen, ich habe das Geschirr kein bisschen bewegt. Super. Immer zurück. Immer zurück. Super. Ein bisschen schneller sein. Supertüchtig. Geh mal zurück. Das ist für Kommis. Das ist für Kinder. Supertüchtig. Ach so, was ich noch nicht erklärt habe, ich habe das hier mindestens an einer Seite viel weiter gemacht, als es eigentlich sein muss. Super. 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 Gut, machst du das? Tolle Maus. Super. Gut, machst du das? ich halte jetzt noch ein bisschen fest dass es nicht so ganz schwer ist das ist ja auch komisch wenn sich das dann bewegt und das ist für bonnie und anziehen super richtig Super. Oh, wie gut machst du das? Richtig. Super, Mann. Tolle, Mann. Und ausziehen. Gut gemacht. Ist das gut? Komm, wir probieren nochmal. Anziehen. Hier liegen ganz viele Kekse rum. Immer zurück. Anziehen. Gut, machst du das? Jetzt sieht man sich doch nicht mehr so gut, ne? Komm, wir gehen mal hier hin. So. Richtig. Super, richtig. Gut, machst du das, Boni? Auf Wiedersehen. Das ist ein bisschen zu dir, ne? Das ist ein bisschen zu dir, nicht? Das ist ein bisschen zu dir, ne? Du bist so großartig. Super. und aussehen.